Und du hast sie nicht mal zu Ende erzählen lassen, Dagi, wer schaut uns noch zu? Was soll ich denn machen? Warten bis sie weg ist? Ja. So, der Ehre wegen, ja. Yannis, Yannis, schau mal zu. Hallo Yannis, schön, dass du zuschaust. Gut. Mann. Konnte ich dich noch zu Ende erzählen, ey. Die haben wir aber nicht. Liebe geht natürlich raus an alle, die du schaust. Schön, dass du zuschaust. Auch an dich vielen Dank. Einen Applaus für Yannis, ja? Einen Applaus für Yannis. Also Yannis ist wirklich korrekt. Der ist einer der guten. Zurück zum Thema, ich brauche Waffen. Was ist das denn hier für eine Map? Die kenne ich tatsächlich auch noch gar nicht. Wie komme ich hier weg? Weiß, also dieser Nebel, der ist auch absolut uncool. Okay, das gibt eine Zip-Line. Halt mal nicht, das sieht echt gut aus. Gegen ihm ist das abgestützt. Wer war das? Hast du das gesehen? Ja, ich habe es gesehen, aber ich weiß nicht wer. Es hat sich irgendwie wie Dagi. Ich glaube, es war Olli, oder? Olli war? Ich habe jetzt gerade auf den Fass geschossen. Davor habe ich nichts gemacht. Nee, das ist Dagi. Das war Dagi, okay. Sie sieht nicht. Also, ich kann bezeugen, dass sie nicht getötet wurde. Es sei denn, dass es auch eine Traitor-Falle, dass man da runterfällt. Ja, lieber sie kaum so eingeschleudert, ey. Achtung, da ist ein Fass. Achtung, geht da weg, geht da weg, geht da weg. Wir sind überall Fässer, mach das mal nicht. Litz. Was? Ja. Ich höre hier nur Explosionen. Ja, der Olli war es wieder am Werk. Naja. Das ist mein Element. Der Hannes? Wie komme ich hier eigentlich runter? Wie komme ich hier runter? Ich habe keine... Ich frage mich, wie ich hochkomme. Was? Was springt? Oh, irgendjemand ist... Irgendjemand, irgendjemand... Hast du die Sittler an? Was war das? Olli war es gefallen. Ich habe es gesehen. Das war wunderschön. Also wer auch immer Traitor ist, hat jetzt halt sehr leichtes Spiel irgendwie hier. Äh, ja. Oh mein Gott, dann ist das auch gefallen. Ich lebe noch. Also, ne, doch, ja. Ich habe es gut gehört. Dann ist das wohl Linsens, wa? Was soll? Ja. Wenn man da zu nah rangeht, Halotoxi, dann snippt man da so ran. Oh, scheiße, Lins. Oh Gott, ich hatte nur noch 8. Gott sei Dank, boah, Lins zu frech. Ich bin nicht gerade gestorben. Du bist runtergefallen. Ich bin aber voll komisch geflogen, so. Ich weiß nicht, was das war Ich bin halt gesagt, es war eine sehr weirde Map Also ich bin seitlich weggeflogen Ist da auswendig, da, keine Ahnung Ich wünsche, ich hätte das aufgenommen, weil das sah echt gut aus Ich wollte diese Map rauszunehmen Was? Nein Aber warum denn? Alter, die ist so gefährlich Alter, ist die Kacke Aber es muss ja Die ist ja auch riesig Hä? Was ist das denn? Diese Zipline ist ganz, ganz, ganz merkwürdig Ja, die ist gefährlich Gott, ich hasse diese Map, ehrlich Okay, ich hab, du bist hurt Ja, weil ich von der Zipline runtergefallen bin Ich hab's doch gerade erklärt Ich mag diese Map nicht, ne? Ja, vielleicht mach ich auch eine Zipline Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Dagi steht wirklich mitten aus der Kante Also sie steht auf so einer Kante Eigentlich kannst du da nicht mehr weg Ich tue die nicht mehr weg Jeder Sprung oder irgendwas töte dich Hä? Ich glaub, ich hab auch gerade so ne Ich mag diese Menschen Ich mag diese Geräusche Ich weiß das halt auch nicht Just imagine if I Alter Wenn du das jetzt machst Äh, ja Ich glaub nicht, dass das irgendwie was bringt Vielleicht ist es ne Oh Ich kann irgendwie keine Waffen aufnehmen Ähm, dagi ist es gefallen Ich bin aber noch am Leben Hier ist zum Glück Wasser Du willst aber nicht hier auf die Fässer schießen, wenn ich auch vorbeilauf, oder? Oh Ey 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 Toxie Ja Ich bin auch da Wer schießt auch Fässer, während ich da oben rumlaufe? Ich hatte grad Angst Oli Oli Oli, was machst du da? Der Hannes Ach, hier ist die Zipline, Alter, die seh ich zum ersten Mal jetzt Ich seh ich was von der App Entschuldigung, ich hab verwechselt Mit wem? Dich, mit Hannes Achso Du musst hier oben ran und dann ähm Beten Nee Nee, auf der anderen Seite Wie, oh Achso, achso Wie komm ich denn da hin? Warte mal, ich, ich probier's mal Oh ja Hallo, noch mal einen kleinen Wuhuuu Ähm Lebt der noch? Nein Also Linz, Linz war's schon mal nicht Linz ist tot Ja, mir habt die super, super Kunden Verdammt Oxy Oli Hast du wieder oben gestanden und gesnipert hattest? Ich hab erstmal nur beobachtet, was Linz macht und plötzlich wird da von einem Boomerang erschlagen Immer wenn ich bei Linz Leiche bin, ne? Irgendwie ist's komisch Ja Also, das ist ein Zeichen Das ist ein Zeichen Du musst am Leben bleiben, damit ich am Leben bleibe Ich versuch's Danke Geht mein bestes Hier ist der Oliver Hallo Komm mal hier irgendwie runter Ähm Warte mal Du bist doch Ja, ich glaub, da ist meine Leiter nach unten Komm mal mit Oh Gott, da ist noch ein Leiter? Ich war die ganze Zeit lang Fangen Da bin ich hier Bisschen schwierig hier lang zu laufen, ehrlich gesagt Aber da war eine, ähm Hier geht's einmal runter Warte mal, geht's da runter? Ja genau, da kommt Linz gerade hoch und da hinten ist auch nochmal eine Okay Okay, auf jeden Fall trau ich dieser Zip-Line nämlich nicht Nö Das ist gut Weil ich auch diese Treppen noch nicht runtergelaufen bin Oh, das geht ganz einfach Das geht's euch nicht ganz gut Wie kommt man denn zu der Zip-Line? Ähm Ich lebe noch Ich lebe noch Ich lebe noch Aber ich bin gefallen Nein Ich dachte, ich hätte ihm den sicheren Weg gezeigt Ja, du hast mir eine Leiter gezeigt, aber Leitern wissen wir ja, ne? Eine sichere Leiter Aber jetzt bin ich hier gefahren wo ich jetzt bin, das ist ja ganz toll Okay, Dagi, ich verstehe was du meinst, diese Map ist, äh Ja, ne? Die ist halt schwierig, sag ich mal so Sie ist halt viel zu groß und man kann überall irgendwie kritisch runterfallen Ja, oder in die Luft gejagt werden Das macht so spannend Irgendwie explodiert sie überall, ne? Wenn ich sofort tot bin, nenne ich dich seiner Leiter Ach, irgendwer schießt doch nicht Äh Linz? Ähm, ich gel- Lin, ähm Es könnte Olli sein, der hat von oben irgendwen abgeschossen Hä, wie? Wie? Ich hab dich dabei doch beobachtet, Mann Ach, komme Da ist so viel Nebel, das kann ja jeder gewesen sein Ach, die liegt gut Nein, ich hab dich gesehen Ja, oder auch nicht Du mit deinem guten Popo Ja, oder auch nicht Ich hab dich gesehen, du mit deinem guten Popo Achso, ja, okay, gut Ich erkenne deinen Absch von fünf Kilometern aus Hehe Was soll das heißen? Okay, Hannes wurde geboomerangt, glaub ich Wenn ich das richtig deute Ja, das Es war nice Wer lebt denn eigentlich noch? Ah, Gott Ja Ja, ich Na toll Dagi, ich dachte, du, du unterstützt mich Warum lässt du mich denn jetzt im Stich, Dagi? Ich weiß doch gar nicht, wo der Olli war, ist Sie ist richtig leise, dezent, hinter mir Die Leiter runtergeglitten Achso Klatsch, quasi Das war gar nicht dein Tum? Dein Handeln? Naja, als ich sie gehört hab, hab ich sie erschossen Aber Ah, okay, I see Sie stand halt da Wo bist du eigentlich? Wenn ich das wüsste Dieser Nebel Da bist du Ja Oh Hi Ich hatte halt auch nur noch, äh, 20 HP wegen dieser scheiß Leiter da hinten Ich muss mal irgendwie Dagi, alles klar Ja Ich komm ständig auf Discord Ständig wird Idris Chat geöffnet, während meiner Aufnahme Warum? Und jedes Mal, keine Ahnung, wenn ich Wo drücke ich, dass das passiert Könntest du dich gerade nicht bewegen? Ja Das hab ich mir gedacht, so ein bisschen Und dann mal Das hatte ich gestern in der Aufnahme Und dann Nein, 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 äh Äh, die Sache ist die Ich, äh Drück irgendwas auf Fuck Vorsicht Ich, äh, drück, keine Ahnung, irgendwie irgendwas zwischen Y und C oder so Und dann komm ich auf Discord und ich schreib den dann immer auszusehen, weil ich dann weiter drücke Und ich bin hier oben zu drücken Und ich bin hier oben zu drücken Und ich bin hier oben zu drücken Ach so Dann bekommt er ganz viele W, D, A, S, D, W Nachrichten Diese Map ist ja, die ist tatsächlich nicht so cool Äh, Hannes Ich mag die voll Hannes, warum? Ja, Oliver, du bist ja auch ein Pyromane, klar magst du die Das macht Spaß Hannes, kannst du auch ein Fässer in die Luft zu jagen, wo ich langlaufe, bitte? Du läufst aus Versehen vor mir lang Alter Dagi bitte auch Ich hab gar nichts gemacht Foxy, ich bin hier lang gelaufen und dann explodieren aus Versehen Fässer Ja, aber ich sag doch Hannes Äh Joa Ich glaub dir Das ist mal massiv in die Hose gegangen Ich glaub dir, Foxy, ich hab dich nie in Frage gestellt, ich schwörs Was zur Hölle? Ja, Uli? Linz? Ja? Ich lebe noch, ich bin hier oben Okay Linz, bist du's? Wir lieben alles noch Wo bin ich jetzt? Linz? Linz, ich glaub ich vertrau dir Wer lebt jetzt noch, Toxy? Nee, die sind da beide gestorben in der Mitte Ähm In der Hütte oben oder unten? Hallo? Hört ihr mich? Ja unten, unten, ja wir hören nichts Oh ja, ich seh da unten in der Leiche Oh, da sieht's ähm Hm Ja genau, da sieht's wie Ja genau, da sieht's wie Ich weiß nicht Ich hab dich im Verdacht, Oli Wenn mich? Ja Ich bin's aber nicht Weil du hättest doch Snipern können auf die Fässer und so Ja, das stimmt Ja, das stimmt wohl Ich bin's aber nicht Ich schieß doch auf Fässer, aber nicht da wo- Linz? Ernsthaft? Dein Scheißernst Ich hab nur noch 24 HP, das kannst du mir nicht antun Ich bin's, also Wo glaubst du jetzt ich bin's? Ja klar, der hat doch aufgehört zu reden mit nem Satz Ey, Oli Oder der tut also Was ist das denn hier? Was ist das denn hier? Ihr mit eurem Psycho-Spielchen Das ist nicht klar, wirklich Ja, gut Also egal, wenn ich seh, ich schieße Aber ich bin eh vorher tot, weil ich inkompetent bin Ja gut, also Ja, Linz, komm mal her Komm mal rum, du Ich muss dich versuch, zu erschießen Ja, ich glaub, ich töne mich hier vorher selber mit irgendwelchen Leitern, oder? Ja, ich bin mir da nicht der Quatsch Ja, ich möchte jetzt auch nicht die Sipplein nehmen, weil Hm, ich bin zur Vergangenheit Ach, warum denn? Nimm die Sipplein Warte, ich bin auch schade Schade Ich hab gedacht, ich kann die IG nutzen, aber Ich weiß es noch Hm, kennst du nicht mehr? Hm, ja, verstanden Warte, Linz Du bist schlecht jetzt Ja, kacke ist da, ne? Haben wir eigentlich ein Jetpack? Leider nein Dann müssen wir den auf jeden Fall mit zunehmen, weil es wär Aber es wär lustig für solche Weiß halt nicht, ob ich das hier Okay Jetpack wär schon cool, ja Ja, also Jetpack sollten wir uns aufschreiben, das wär lustig Ja, also ich mein, das würde mir jetzt nichts bringen, weil ich halt kein Trader bin, aber Ja, genau, du bist ja kein Traitor, ich vertraue dir Ja Wie wir beide wissen, bist du es, nämlich Ja, genau, ich vertraue dir sogar Keine Ahnung Ja, lass mal treffen, dann machen wir gemeinsam bei Sache gegen Olli Ja, super, lass mal treffen, das ist eine gute Idee Okay, das ist für Worte, ich Ähm Ja Ja Ja, Heismodowater, wie kommt das dann zustande? Hm, das ist Heismodowat Das ist Heismodowat Ganz schlecht Hört dieser Heismodowat eigentlich auf? Hm, Joe Oho Ah, Linzowat Ist jetzt ja nicht, aber Ich weiß nicht, aber nicht auf gut Glück Das hat ja klappen können Dreckige Scheiße Oh, Linz, was? Ich war echt ziemlich sicher, dass es die, die fiese, dreckige Dagi war Was soll das denn heißen, die fiese, dreckige Dagi, bitte? Kommst du mir entgegen vor dir explodieren Fässer und sagst, äh, Toxi, Toxi und ich renne auch zu, auf einmal bin ich tot Hm, tja Aber ich hab gehört, das war Olli, wir haben schon mit ihm geschimpft Ach so Aber ich hab nur auf die Fässer bei Dagi geschossen, nicht bei anderen Ja, aber ich war bei Dagi Ja Hast du? Nö, das war ich Ach so Okay Ja, dann, äh Ey, Linz, ich hab dir wirklich vertraut für einen Moment Das war dein Fehler Und dann, mitten im Satz, Olli tot Und ich hab mir so, dein Ernst? Ich rede zu viel Ach Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Bumerang? Irgendwas hat mich getroffen Nee, äh, Sniper, einfach Kopfschuss und dann Dagi Nicht schlecht, nicht schlecht Dagi hat geschossen Dagi hat geschossen Die wollen mir verbieten, auf Fässer zu schießen Ja Ey, das ist manchmal Ich, äh, Wechselspray Die Wechsels sind, äh Entsprechend nicht der Genfer Konvention Nein, das Spray nicht Das auch nicht Und wenn du das anders siehst, Oliver, dann bist du Jens Spahn Okay, okay Äh Möchtest du kurz sagen, ich bin innocent? Ja Ja, ich auch Dir glaub ich jetzt gar nix mehr Nichts Gar nix glaub ich dir Hallo Anders Du brauchst nicht zu befürchten, ich bin innocent Also Oliver steht hier ganz schön verdächtig rum Das ist das Ich hab mein, mein Charaktermodell grad bisschen verändert Angepasst Mhm, bist du sicher? Ich möchte wieder einen tüchtigen Rock tragen Ja Ich hab meinen Rock wieder an Ich, äh Hattest du vorher nicht auch einen Rock, dann? Ja Was? Ja Vincent Was war das denn? Was hab ich nicht gesehen? Ich hab dich nicht gesehen Ich hab dich nicht gesehen Ich hab dich nicht gesehen Oh, ich hätt das auch aufnehmen müssen Ich drück mich die ganze Zeit am Fenster Und auf einmal steht eine Person hinter links Und dann ist er tot Oh Und du stehst dann noch Ungünstig Hab ich nicht gesehen Und ich hab dich nicht gesehen Ich bin Da Ich bin